Ich kann die Forderungen total nachvollziehen, während die entsprechen nämlich auch dessen, was ich denke. Wir müssen in der Politik wieder für die Bürger und Bürgerinnen klar machen, dass es eben nicht egal ist, wer regiert, und dass eben je nachdem, wie die Mehrheiten sind, wie die Wahlergebnisse sind, auch eine ganz unterschiedliche Politik gestaltet werden kann. Und das ist verloren gegangen in den letzten Jahren und das müssen wir wieder üben in Deutschland. Konsens ist richtig, ist wichtig, wir müssen eine starke Politik gestalten, aber es muss auch sichtbar werden, wo die unterschiedlichen Meinungen der Politiker und Politikerinnen da sind. Das ist ja auch die Essenz der Demokratie und das sollten wir auch stärker üben.